Heute bei uns, in unserem Format Sinn des Lebens, habe ich einen ganz besonderen Gast, die uns heute ein ganz tolles Geschenk machen wird, nämlich mit ihrer besonderen Klangcode-Methode wird sie uns verschiedene gute Frequenzen geben, wie wir durch die neue Zeit kommen, gerade in der besonderen Transformation. Und da habe ich nämlich Elisabeth Westermann da und freue mich sehr darüber. Hallo Elisabeth. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Und war jetzt hier eine ganze Weile, wir haben einige Gespräche geführt, einige Interviews und irgendwie kam dann die Idee auf, dass ich ganz gerne für das, wo wir jetzt sind, auch einfach einige Klangcodes teilen möchte, die eine Unterstützung sein können für die Menschen auf ihrem Weg in eine neue Zeit. Mein Gefühl ist, dass einerseits die Entkalkung der Zirbeldrüse dabei eine sehr wichtige Rolle spielt und mir ist der Klangcode wieder eingefallen, ich weiß ihn auswendig. Wow, cool, ich freue mich. Ja, das ist ein komplexes Gebilde, im Grunde braucht es dafür noch eine ganze Menge andere Klangcodes, damit das rund ist, aber es ist ein Beginn und es ist wie ein kleines Aufblitzen von etwas, was in die Zukunft führen kann. Dann halte ich es für ungeheuer wichtig, dass wir die Angst überwinden, weil die Angst uns herausholt, aus der Möglichkeit, wahrzunehmen und unabhängig denkende Wesen zu sein. Und dieses unabhängig denkende Wesen-Sein hat ganz viel zu tun mit dem, was ich Zustand von Liebe denke, nenne. Denkt man nicht. Ja, so freier Geist. Es ist einfach, wenn ich frei bin innerlich, wenn ich mich selbst gefunden habe, dann bin ich in der Liebe. Und wenn ich Angst habe, kann ich nicht in der Liebe sein. Jeder von Ihnen, die hier zuhören, kann das bestätigen, wenn Sie Angst haben vor etwas, merken Sie, Sie sind aus dem Lieben herausgefallen. Und deswegen werde ich einen Klang-Code singen, Angst in Liebe wandeln. Toll. Dann ist ganz wichtig, dass wir uns wieder zentrieren, um wieder zu uns zu finden, unsere eigene Mitte zu finden. Da gibt es auch einen Klang-Code für, um einfach den eigenen Raum wieder einzunehmen, die eigene Mitte. Und dann gibt es einen Klang-Code für den Frieden. Und der Friede beginnt in uns, mit all unseren Anteilen. Da gibt es ja diese Anteile, die wir so gar nicht mögen. Also, wer von uns ist gerne wütend? Wer von uns ist vor allen Dingen gerne hilflos? Und all diese Sachen. Aber es sind alles Aspekte von uns, und sie wollen alle angenommen und geliebt werden. So, und in Frieden sein zumindest. Innerer Frieden sowie äußerer Frieden. Dann die Verbindung zu dem warmen Licht, also zu der Lichtqualität, die Liebe durchwärmt ist. kosmisches Licht, was Liebe durchwärmt ist. Zur Liebe als Zustand. Und dann runde ich das Ganze ab. So, nur dass Sie wissen, um was es da geht. Ich werde die Klang-Codes einfach alle hintereinander singen. Es ist nicht sinnvoll, die jetzt einfach vom Video abzunehmen und zu singen. Einige davon sind auf der Website zu finden. Die kann man einfach so singen. Das andere, da sind einfach die Zusammenhänge zu wichtig. Tun Sie sich das nicht an. Aber wenn Sie wollen, hören Sie sie gerne. Immer mal wieder. Teilen Sie das Video auch gerne mit anderen Menschen. Es wäre gut, wenn es um die Welt geht. Am liebsten würde ich mich jetzt in ARD oder ZDF hinstellen, zur besten Sendezeit um 4.8. und würde diese Klang-Codes mal in die Welt hinein singen. Ehrlich gesagt, nicht, weil ich berühmt werde, für weiß Gott nicht. Das ist nämlich was sehr Belastendes, berühmt zu sein. Sondern weil ich glaube, das wäre das Beste, was man für die Menschheit tun könnte. Also teilen Sie es bitte. Ja? Und jetzt können Sie einfach nur genießen. Schließen Sie die Augen und lassen Sie die Klang-Codes auf sich wirken. Da-O-Tah 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 viadukha 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 Aiyo, 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 Aiyo Aiyo, Aiyo, Aiyo Aiyo, 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 Aiyo Aiyo, 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 Aiyo Aiyo, 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 eia eiova eiioa eiioa eiio Io wo Aiyo, 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 Aiyo. Aiyo, 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 Aiyo. Aiyo, 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 Aiyo. Aiyo, 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 Aiyo. Aiyo, Aiyo, Aiyo. Aiyo, Aiyo, Aiyo. Aiyo, Aiyo, Aiyo. Aiyo, Aiyo. Erfolgslos aus deinem Herzen an unsere Zuschauer weitergegeben wird. Vielen Dank. Im wahrsten Sinne eine Herzensangelegenheit. So ist es. Und das berührt auch mich dann zutiefst, wenn ich das tun darf. Weil es ist mir ja auch geschenkt worden. Toll. Vor allen Dingen, weil ja auch dieses, jetzt die Zeit, wenn wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt Neues kommt, das ist ja dann auch viel mit Bedingungslosen. Also dieses ganze Kapital, Macht, Gier, Besitz, das geht ja auch. Soll ich dir mal ein Geheimnis verhalten? Ja, erzähl mal. Wenn ich verschenke, dann kriege ich geschenkt. So ist das. Wenn ich bereit bin, das, was aus mir kommen kann, zu teilen, ganz egal, ob ich dafür Kapital bekomme oder nicht, dann kommt es. Dann werde ich beschenkt. Und wenn wir miteinander, und das kann man hier übrigens, da muss ich diesen Sender noch mal besonders loben, man kann es wirklich erleben, weil man hat ja dann auch mit anderen Leuten zu tun, die hier interviewt werden, wie wir uns austauschen. Ach ja, dann könntest du das und du machst das und du machst das und da kann sich ja wunderbar ergänzen. Guck mal, dann könnte man das noch zusammen und dann könnte man dies und jenes und so weiter. So können wir alle daran wachsen, so können wir alle damit erblühen und so wird keiner von uns mehr Mangel leiden. Nein, ja. Es ist das Festhalten wollen, es ist das Haben wollen, es ist das Nicht-Teilen, was eine Stagnation bewirkt, die dann dazu führt, dass keiner mehr was hat. Bis auf ein paar und die sind dann unglücklich damit. Weil was will ich mit 10 Milliarden Euro? Ja. Kann kein Mensch was mit anfangen. Ja, das ist eine Ziffer auf dem Papier, hilft mir aber auch nicht geliebt zu sein oder Freunde zu haben oder sowas. Ja. Ja, dieses wirklich in dieses Vertrauen zu kommen, es ist alles da. Ja. Und wenn ich das, was mir am Herzen liegt, im wahrsten Sinn des Wortes, einfach teile, dann wird auch das, was in meinem Herzen liegt, wacher. Ja. Und dann entdecke ich auch mehr, was ich denn überhaupt zu geben habe. Ja, das ist eigentlich alles sehr schlicht. Es ist nur nicht mehr einfach umzusetzen, weil wir vergessen haben, dass wir das können. Ja, deswegen müssen wir mal ab und zu wieder zu uns kommen. Wir müssen uns erinnern an das, was wir können. Und da haben wir alle irgendwo mal irgendwo ein kleines Wunder erlebt. Ein kleineres oder mittleres oder größeres. Und wenn wir daran anknüpfen und sagen, Moment mal, das habe ich doch mal erlebt. Also glaube ich, dass das funktioniert. Jetzt gucke ich mal, jetzt probiere ich das mal wieder aus. Und probiere ich weiter aus. Und da könnte ich ja das noch reingeben. Dann könnte ich noch das dazugeben. Dann könnte ich noch das machen. Okay. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann erblüht etwas. Und aus diesem, was erblüht, erwächst wieder kollektiv ein Haben. Ja. Mein Sohn, der so gar nicht auf dieser Welle ist, von wegen, wir müssen irgendwie das System verändern, der hat gesagt neulich, ich verstehe nicht, Mama, dass die Menschen hier in Deutschland nicht merken, wie gut wir das alle haben. Seien wir doch erst mal dankbar dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir was zu essen haben, dass wir Brüder und Schwestern haben, mit denen wir reden können und so weiter und so fort. Ist das nicht großartig, dass es das gibt? Ja, die Dankbarkeit ist ja auch eine wunderbare Energie, die zu fühlen. Herzöffner. Aber nicht dieses, ach, hast du dich schon bedankt, Elisabeth? Nein, 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 nein. Das ist etwas, was ganz natürlich aus dem Herzen erwächst. Und ich bin der Corinna ganz dankbar, dass sie mich interviewt und diesem ganzen QS24 hier, dass sie bereit sind, diese Arbeit zu tun und damit eine Fülle zu erzeugen, die sich wieder ausbreitet. Und das entsteht einfach aus meinem Herzen, weil ich merke, wie ihr arbeitet. Das ist großartig und das ist eine richtig große Freude. Ja, sind auch alle mit dem Herzen dabei. Das ist genau das. Und da kann ich meine Klangkots beitragen und ihr könnt die auch alle beitragen, wenn ihr euch anfangt, damit zu verbinden. Ich sage jetzt einfach du, Entschuldigung. Aber wenn ihr anfangt, euch damit zu verbinden, dann könnt ihr dazu beitragen, auf eure Art und Weise, entweder mit Klangkots oder mit Bildern oder mit Worten. So wunderbare Worte, die man setzen kann. Und unsere alten Philosophen, was haben die für tolle Worte benutzt. Und wenn die Zuschauer sich jetzt noch mal darüber informieren möchten, gerade über diese tollen Klänge, wo finden die die Informationen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Das geht über die Website. Auf der Website finden sich alle die Informationen. Die Website-Adresse heißt dao-tha.com und da finden sich Rubriken über Ausbildung, über Leute, die Anwender sind, wenn man eine Behandlung haben will, über Downloads von freien Downloads, über Downloads von Audios, Downloads von Seminaren und so weiter und so weiter und so fort. Also ist alles dort vorhanden. Und übrigens, das Wort dao-tha heißt, dao kommt aus der fernöstlichen Philosophie und heißt so viel wie der unmanifestierte Zustand des Seins. Und ta ist die Mittelsirbel von katara und bedeutet Schöpferklang. Das heißt, das unmanifestierte Sein kann sich manifestieren durch den Schöpferklang. Und dieses Wort wurde mir gegeben, ohne dass ich wusste, was es bedeutete. Und dann habe ich nachgeschlagen und war nur in Staunen und Dankbarkeit. So wird man vom Leben beschenkt. Ja, toll. Und ich danke auch, dass du heute da warst und dieses tolle Geschenk mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Danke. Bis bald, Elisabeth. Bis bald. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war doch jetzt wirklich ein wunderbares Geschenk, um uns in dieser ganzen Transformationszeit zu unterstützen. Manchmal braucht man gar nicht viel sprechen, sondern man fühlt einfach mal die ganzen Töne und die Liebe und den Frieden. Und das konnte man hier vor allen Dingen live wunderbar spüren. Also jede Frequenz hatte wirklich was ganz Bezauberndes und werde ich jetzt auch mitnehmen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, über das Internet sich dann auch nochmal die Videos abzuspeichern und regelmäßig anzuhören, ist natürlich eine wunderbare Sache. Und im Fernsehen kann man das natürlich auch nochmal genießen. Gute Zeit Ihnen und bis bald. Tschüss. Tschüss.